Möchte Wilson González Ochsenknecht bald Nachwuchs haben? Die 22-jährige Schwester des Schauspielers bekommt vor wenigen Wochen bereits ihr zweites Kind. Doch wie steht es um die Familienplanung des 33-Jährigen? In der Show Diese Ochsenknechts verkündet Wilson zuletzt, dass er glücklich vergeben ist. Die richtige Frau scheint er also schon mal zu haben. Gegenüber Promiflash erklärt der wilde Kerle-Star allerdings, dass ein Kind momentan noch keinen Platz in seinem Leben hat. So viel zu tun, da geht es doch nicht, gerade passt es nicht rein. Doch einen Besuch bei seinem Neffen lässt der Wahlberliner sich natürlich nicht entgehen. Ich werde irgendwann demnächst runterfahren, wenn ich ein paar Tage Zeit dafür habe. Auch wenn Wilson momentan noch keine Zeit für eigenen Familienzuwachs hat, klingt es doch danach, als wenn er es sich in Zukunft vorstellen kann.